Hallo, ich bin Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei EPC Computer und heute zeige ich euch die PCI-E-Erweiterungskarten, die wir anbieten, mit dem dazugelieferten Schraubenkit und dem kleinen Schraubenzieher. Das ist unsere PCI-E-Erweiterungskarte. Diese wird verwendet, falls man keine freien M2-Steckplätze mehr auf dem Mainboard hat. Sie wird in den PCI-E-Express-Slot eingesteckt und hat vier weitere Steckplätze für M2-Karten und diese verwendet den PCI-E-Express 3. Wir haben zwei Modelle der PCI-E-Erweiterungskarte, einmal das kleine Modell und einmal das große Modell. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen ist die Baugröße und die große verwendet den PCI-E-Express 4 und die kleine den PCI-E-Express 3. Hier sehen wir die Rückseite der PCI-E-Erweiterungskarte. Um die M2-Slots zu erreichen, müssen wir diese vier Schrauben hier entfernen. Und können im Anschluss die Kühlereinheit der Karte entfernen. Nach dem Entfernen des Kühlkörpers der Karte müssen wir, bevor man die M2 einschraubt, den Spacer in den richtigen Slot einbauen. Bei uns wäre es der 2280er-Slot. Hier einfach den Spacer einschrauben. Und nachdem der Spacer eingeschraubt ist, kann man die M2 ganz normal in den Slot stecken und mit der mitgelieferten Schraube auch festziehen. Zu den M2s haben wir auch ein separates Video gemacht über Größe und Bauart. Das findet ihr auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Nach dem Einbau der M2 entfernt man die Schutzfolie auf dem Kühler, um die Hitzeverteilung zu unterstützen. Und man kann auch hier einen kleinen Kippschalter umlegen, um den Lüfter anzuschalten oder gegebenenfalls auszuschalten. Nach dem Einbau der Karte sieht man auch, welchen Slot man verwendet hat, in dem hier eine kleine LED blinkt. Bei dem Einbau der Festplatte muss man ebenfalls darauf achten, dass man sie in den ersten Slot einsteckt, da es sonst dazu kommen kann, dass sie nicht richtig funktioniert oder erkannt wird. Deswegen immer numerisch nach unten einstecken. Nach dem Einbau der Festplatte kann man den Kühler wieder anschrauben. Unsere PCI-Erweiterungskarte wird hier in diesem Slot eingebaut. Das ist derselbe Slot, in dem die Grafikkarte theoretisch eingebaut werden kann. Dementsprechend wird sie auch genauso eingebaut. Man zieht den Clip nach hinten, steckt die Karte hinein und so lange bis es klickt und der Clip wieder von alleine nach vorne kommt. Nach dem Einbau sollte die PCI-Erweiterungskarte so aussehen. Sie sollte senkrecht im Gehäuse stehen und falls man daneben eine Grafikkarte hat, kann man sich daran orientieren und danach hier wieder einschrauben. Wie ihr sehen könnt, startet der Computer ganz normal. Das war nun das Vorstellungsvideo zu unserer PCI-Erweiterungskarte, die Sie bei uns im Shop kaufen können. Falls Ihnen das Video gefallen hat, können Sie gerne ein Like da lassen. Falls Sie noch Anregungen zu dem Video haben, auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.